Matthias Habich ist ein deutscher Schauspieler. Leben Der in Danzig geborene Habich wuchs in Hamburg-Harburg auf und besuchte die Staatliche Hochschule für Musik und Drama. Er studierte 1966 ein Semester lang am Conservatoire de Paris und nahm Schauspielunterricht bei Le Straßberg in den USA. Danach spielte er an Theatern in Chur, Baden-Baden, Basel, Wuppertal, Zürich und München. Sein erster großer Erfolg ist 1973 die Hauptrolle im Fernseh Sechsteiler die merkwürdige Lebensgeschichte des Friedrich Freiherrn von der Trenk, unter der Regie von Fritz Umgülter. Danach folgen mit die unfreiwilligen Reisen des Moritz August Benjowski und des Christoffel von Grimmelshausen abenteuerlicher Simplicissimus gleich, zwei Vierteiler unter dem gleichen Regisseur mit ihm. Spätestens jetzt ist er einem breiten Fernsehpublikum in Deutschland bekannt. Sein Kinodebüt gibt Habich 1976 als eiskalter preußischer Offizier in der Fangschuss. Es folgen Rollen in Kinofilmen, mit denen er sich seinen Ruf als eindrucksvoller Charakterdarsteller verdient. Nach zahlreichen Rollen in Theater und im Fernsehen spielt er sich 1999 mit der Hauptrolle in der TV-Serie Klemperer – Ein Leben in Deutschland. Endgültig in die erste Liga der deutschen Charakterdarsteller. 2001 erhält er den deutschen Filmpreis für seine Leistung in Caroline Links vielfach preisgekröntem Drama Nirgendwo in Afrika. Im Kino ist der 2009 neben der internationalen Produktion der Vorleser an der Seite von Kate Winslet und Ralph Fienz. Auch im Drama Waffenstillstand zu sehen. Für seine Rolle im Fernsehfilm Ein halbes Leben erhält habe ich gemeinsam mit seinen Schauspielerkollegen Josef Harder oder Franziska Walzer sowie Regisseur Nikolaus Leitner den Grimme-Preis. Nach zwei Kinofilmen 2010 wirkt habe ich vor allem wieder in Fernsehproduktionen mit U.A. 2012 im Thriller Das Kindermädchen als Familienpatriarch, der mit der dunklen Vergangenheit seiner Familie konfrontiert wird. Unter der Regie von Margarete von Trotter spielt habe ich 2015 in die abhandene Welt schließlich wieder eine Kino-Hauptrolle als Witwer, der auf einem Zeitungsfoto seine angeblich tote Frau wieder zu erkennen glaubt. Mittlerweile hat habe ich in ca. 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Er lebt in Paris und Zürich. Filmografie 1965 Der Vor-Ellenhof-Regie Wolfgang Schleif 1972 Die merkwürdige Lebensgeschichte des Friedrich-Freiherrn von der Tränk-Regie Fritz Umgelter 1974 Im Vorhof der Wahrheit-Regie Fritz Umgelter 1974 Die unfreiwilligen Reisen des Moritz-August-Benzowski-Regie Fritz Umgelter 1975 Des Christoffel von Grimmelshausen Abenteuerlicher Simplicissimus-Regie Fritz Umgelter 1976 Der Fangschuss-Regie Volker Schlündorf 1977 Der Mädchenkrieg-Regie Bernhard Sinkel 1978 Ursula Regie Egon Günther 1980 Die Reinheit des Herzens-Regie Robert van Ackeren 1982 Jakob Holborn-Regie Sigi Rotemund 1983 Glut-Regie Thomas Köffer 1984 Die glorreichen Regie Henry van Neuil 1987 Der Schrei der Eule-Regie Tom Tölle 1988 Crash-Regie Tom Tölle 1988 Ackhobs-Perdu Regie Leapol 1988 Der Passagier Wilhelm Togamny Regie Thomas Brasch 1989 Noch ein Wunsch-Regie Thomas Köffer 1990 Der Reisekamerad Regie Ludwig Raser 1991 La Demoiselle Sauvitsch Regie Leapol 1991 Der Falle-Regie Rainer Simon 1992 Das letzte U-Boot Regie Frank Bayer 1995 Noir Comles-Souvenir Regie Jean-Pierre Mocky 1995 Deutschlandlied Regie Tom Tölle 1996 Jenseits der Stille Regie Caroline Link 1996 Tatort Der Kalte Tod Regie Nina Große 1997 1997 Die Rettin Regie Martin Buchhorn 1997 Das Urteil Regie Oliver Hörspiegel 1998 Zucker für die Bestie Regie Markus Fischer 1999 Klemperer Ein Leben in Deutschland Regie Andreas Kleinert und Kai Wessel 1999 Picknick im Schnee Regie Tommy Wielgant 2000 Jahrestage Regie Margarete von Trotter 2001 Duell Enemy at All Gates Regie Jean-Jacques Unnaut 2001 Nirgendwo in Afrika Regie Caroline Link 2003 Bella Block Kur Schatten Kurschatten Regie Thorsten Netter 2003 Trenk Zwei Herzen gegen die Krone Regie Gernot Ruhl 2004 Der Untergang Regie Oliver Hörspiegel 2004 Nero Die dunkle Seite der Macht Regie Paul Markus 2005 Kein Himmel über Afrika Regie Roland Suso Richter 2005 Unkenrufe Zeit der Versöhnung Regie Robert Klinski 2006 Silber Hochzeit Regie Matige Schoneck 2007 Giganten Alexander von Humboldt Zusammen mit Nikolai Kinski Regie Gero von Böhm 2007 Afrika Mon Amour Regie Carlo Rola 2007 Chaotica Anna Regie Julio Medem 2008 Ein Halbes Leben Regie Nikolaus Leitner 2008 Der Vorleser Regie Steffen Daldry 2009 Tatort Regie Manuel Florin Hendry 2009 Der Großvater Regie Nikias Krussos 2009 Waffenstillstand Regie L'Angelot von Naso 2010 Letzter Moment Regie Setien Ramesch 2010 Nanga Parbat Regie Josef Filzmeier 2010 Die Schwester Regie Margarete von Trotter 2010 Morgen musst du sterben Regie Niki Stein 2010 Bloch Regie Franziska Meletzky 2011 Wer y Beland Regie Fritz Urschitz 2011 Eine Halbe Ewigkeit Regie Matthias Tiefenbacher 2012 2012 Das Kindermädchen Regie Carlo Rola 2012 Liebe am Fjord Abschied von Hanna Regie Jörg Grünler 2012 Und alle haben geschwiegen Regie Drottsa Havi 2013 Die Toten von Hammeln Regie Christian von Kastelberg 2014 Altersglühen Regie Jan Georg Schütte 2015 Das Gewinnerlos Regie Patrick Winschewski 2015 Die Abhandene Welt Regie Mark Reit Margrit Gatteau DLR 2006 Philippe Brühl Tulaus Confidential Regie Philippe Brühl 2008 Julis Fern 20.000 Meilen unter dem Meer 2014 Sonala Ibrahim Samir Nasr Kairo 11 Februar Regie Samir Nasr Hörbücher 2002 Nevada Gas Audio Verlag Berlin 2003 Spanisches Blut Audio Verlag Berlin 2004 Schäft und die sieben Rabbiner Audio Verlag Berlin 2009 20.000 Meilen unter dem Meer Der Audio Verlag Berlin 2009 ISBN 9783898139052 2009 Hesse Projekt Gedicht Die Welt unser Traum Auszeichnungen 1997 Goldener Löwe in der Kategorie Bester Fernsehfilmschauspieler für die Tatortfolge der Kalte Tod SWF 1998 Adolf Grimme Preis für das Urteil 2001 Deutscher Fernsehpreis für Jahrestage ARD 2002 Deutscher Filmpreis in der Kategorie Bester Nebendarsteller für Nirgendwo in Afrika 2009 Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland 2010 Adolf Grimme Preis für ein halbes Leben ZDF